Heute sprechen wir darüber, warum Perfektionismus deinen Traumabiturschnitt killt. Willkommen zurück Abiturleden, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Perfektionismus ist ein Thema, mit dem einfach immer wieder sehr viele von euch zu kämpfen haben. Ich möchte gar nicht so tief auf die psychologischen Ursachen, im Sinne von, dass man das Gefühl hat, man ist nicht gut genug, dass man nur Leistung bringen muss, um geliebt zu werden. Das ist vielleicht ein Thema für später mal nochmal, sondern worauf ich heute eingehen möchte, ist 5 Szenarien, in denen du vermutlich zu perfektionistisch bist, kannst du dann eben auch selbst für dich beurteilen und dann werde ich dir auch erklären, wie du eben in diesen jeweiligen Szenarien dich anders verhältst, damit du eben dafür sorgst, dass dein Perfektionismus dich eben nicht davon abholt, in möglichst kurzer Zeit eben auch die besten Noten zu schreiben und so schlussendlich dein Traumabitur auch wirklich zu erreichen. Erstens, die Hausaufgaben. Gerade wenn du ein sehr perfektionistisch veranlagter Mensch bist, dann versuchst du die Hausaufgaben immer perfekt zu machen. Die perfekte Schönschrift, du wirst alle Aufgaben durchrechnen, du wirst ja total übersichtlich, als wäre schon die Klausur selbst. Aber verstehe bitte einen Punkt. Der einzige Sinn einer Hausaufgabe ist der Lerneffekt, den du daraus ziehst, um dann in der nächsten Stunde, in der Mitarbeiterabfrage, was auch immer, oder eben in der Ex- oder in der Klausur bestmöglich zu performen. Das heißt, es geht nicht darum, die Hausaufgabe möglichst schön und toll zu machen, es geht darum, dass du die Hausaufgabe nutzt, um aus ihr möglichst viel zu lernen. Das heißt, gewöhne dir vielleicht an der Stelle wirklich mal an, frag dich vor jeder Hausaufgabe, was ist der Sinn von dieser Hausaufgabe, also was soll ich durch diese Hausaufgabe lernen und zweitens, wie schaffe ich das am besten. Bestes Beispiel in Mathe. Warum bekommst du eine Hausaufgabe in Mathe auf? Ganz einfach, weil das Verfahren, was dahinter steht, du sollst das einfach immer öfter anwenden, damit du das dann schlussendlich auch in der Klausur oder in der Ex anwenden kannst. Das bedeutet jetzt aber, wenn dein Lehrer zum Beispiel sagt, mach 30 mal die gleiche Aufgabe, was heißt die gleiche Aufgabe, zumindest der gleiche Aufgabentyp, dann kann es auch mal Sinn machen, dass du nur 15 davon machst. Vielleicht nicht nur die ersten 15, weil es meistens die leichten sind, aber einfach jede zweite Aufgabe. Dann hast du trotzdem fast den gleichen Lerneffekt wie alle anderen, nur musstest du nur die Hälfte der Zeit da reinstecken. Genauso auch, es geht nicht unbedingt darum, dass du das alles perfekt in deinem Heft aufgeschrieben hast, weil du denkst, oh, ich will mir bestimmt die Hausaufgaben nochmal anschauen. Wirst du wahrscheinlich sowieso nicht. Das heißt, wenn du gerade nur ein Schmierblatt hast, dann machst du auch ein Schmierblatt. Hauptsache, du machst es und du bekommst den Lerneffekt heraus. Wie gesagt, du kriegst keinen Award dafür, dass es irgendwie besonders toll gemacht ist. Zweitens, die Hefteinträge. Auch bei den Hefteinträgen, und das ist so allgemein dieses ganze Prinzip, was über dieses ganze Video steht, fokussiert darauf, was der Sinn davon ist, nicht die Sache selbst. Das heißt, wir denken immer, oh, ich will mir wirklich schöne Hefteinträge machen. Aber du kriegst auch bei den Hefteinträgen, du kriegst da keinen Schönheits-Award. Und auch wenn du dir sagst, oh, ich will aber, dass das verziert ist und blablabla, kannst du machen. Sprich ja nichts dagegen. Wenn du die Zeit hast, aber wenn du sowieso schon gestresst bist, im Unterricht nicht mitkommst, daheim sowieso so viel zu lernen hast, dann cutte doch mal diese unnötigen Sachen weg. Diese ganzen Verzierungen. Weil, überleg doch wieder, was ist der Sinn von Hefteinträgen? Ganz ehrlich, zwei Dinge. Erstens, während du den Hefteintrag schreibst, solltest du trotzdem noch im Unterricht mitarbeiten. Dadurch, dass du schreibst, verinnerlichst du es vielleicht mehr. Das heißt, das ist der eine Sinn. Und der andere Sinn ist, dass du es daheim lernen kannst. Das sind die zwei Sachen von Hefteinträgen. Ansonsten ist es alles vollkommen egal. Das heißt, frag dich, wie kannst du den Hefteintrag so machen, dass du aus dem Unterricht am meisten mitnimmst? Zum Beispiel nicht eins zu eins alles mitschreiben, was der Lehrer sagt, sondern es sofort aufskizzieren oder wie auch immer so für dich gestalten, dass du es möglichst komprimiert, möglichst gut verstehst. Das heißt, du schreibst nicht nur eins zu eins ab, du verarbeitest direkt auch noch, was der Lehrer sagt in deinem Hefteintrag. Viel, viel bessere Verarbeitung im Gehirn und so eine viel dauerhaftere Abspeicherung. Und genauso bringt dir das ja dann auch was, um daheim zu lernen. Was bringt es dir, wenn du alles perfekt so aufgeschrieben hast, wie der Lehrer es gesagt hast, aber es dann einfach nur viel zu kompliziert oder viel zu detailreich ist und du super viel mehr durchlesen musst, als eigentlich nötig wäre, um den Job zu verstehen. Das heißt, wenn du sofort komprimiert machst, da findest du auch hier noch das Video, wie du Zusammenfassungen sehr, sehr gut machst, falls du schon raus bist. Ansonsten gibt es einfach Leo Eckel Zusammenfassungen auf YouTube ein. Da findest du, wie gesagt, eigentlich jedes Thema, was du aktuell zur Oberstufe oder zum Abitur suchst. Und wenn du das dann hast, wenn du einfach eine geile Zusammenfassung geschrieben hast, dann bist du im Unterricht, lernst du das meiste und kannst auch daheim nochmal dich richtig gut vorbereiten. Und wenn du die beiden Sachen erfüllt hast, dann hast du schon gewonnen. Drittens in der Mitarbeit. Ich kriege so oft von euch auch Nachrichten oder wenn ich auch mit Leuten im Coaching spreche, ich traue mich dann aber einfach nicht, mich zu melden. Ich denke so, ich weiß auch das Richtige, weil die Person, die danach sagt, sagt genau das, was ich sagen wollte. Ich habe mich nur nicht getraut, wodurch passiert ist. Das passiert vielleicht auch dadurch, dass zum Beispiel das Video, was ich gemacht habe, die konkreten Kriterien der Mitarbeit, hier findest du oben im I, dass man da, wenn man erstmal versteht, oh shit, wie viel dazugehört, um 15 Punkte in der Mitarbeit zu bekommen, dass man sich denkt, oh ich muss nur so richtig hohe qualitative Antworten geben oder auch alle anderen in meinem Kurs sind so schlau, ich traue mich fast gar nicht, das alles zu sagen. Oder ich traue mich gar nichts zu sagen, weil ich das Gefühl habe, es ist nicht so gut. Und das Ding ist aber, ich hatte wirklich reihenweise in so vielen Fächern, nicht immer konstant, überall, aber in fast jedem Fach habe ich mal, glaube ich, 15 Punkte in der Mitarbeit geschafft. Und das lag einfach da, nicht nur daran, dass ich immer die perfekte Antwort gegeben habe, weil danach suchst du, wenn du eine perfektionistische Person bist. Du willst immer die perfekte Antwort geben, aber die gibt es nicht. Vielleicht gibt es sie mal, ja, und die habe ich bestimmt auch ein paar Mal gegeben, aber das resultiert nur daraus, dass du erstens dich überhaupt mal traust, was zu sagen und zweitens auch, dass du immer wieder was sagst und dann überhaupt verstehst, was ist denn gut, was ist denn schlecht. Wenn du es aber nie machst, wird das nicht funktionieren. Deswegen spring dir über deinen eigenen Schatten, trau dich zu melden. Dazu habe ich auch ein Video, wie du deine Mitarbeit verbessern kannst, wo ich auch im fünften Punkt auf das Mehrtrauen eingegangen bin. Wie gesagt, findest du auch im i, kannst du dir gerne nach diesem Video anschauen. Das musst du machen, das musst du unbedingt machen. Auch wenn es schwer fällt, gerade für dich, weil du Angst hast, was wenn es falsch ist und so weiter, mach es aber unbedingt, es wird dir nur zugutekommen. Viertens, in der Klausur. In der Klausur, du siehst eine Aufgabe, du weißt genau, ah, das hat mir den Heft aufgeschrieben und dann klatscht du alles hin, alles Erdenkliche, jedes Detail, was in diesem Hefteintrag stand. Aber es gibt nur drei Punkte auf die Aufgabe und zwar nur noch einer konkreten Sache gefangen. Du versuchst, weil sie wieder perfekt alles hinzuschreiben, was du gelernt hast, dem Lehrer zu sagen, ich konnte wirklich jedes Einzelteil und das habe ich mir auch gemerkt und das war also die Jahreszahl. Aber es juckt nicht. Ganz wichtig, ich muss es immer wieder wiederholen, In der Klausur wird nicht benotet, wie viel du weißt, es wird nur das benotet, was du in Bezug auf die Aufgabenstellung richtig hingeschrieben hast. Deswegen, in der Klausur, schau dir wirklich die Aufgabe an, worum geht es, nach was ist gefragt. Wenn das, wonach gefragt ist, in deinem Wissensschatz ist, perfekt, dann schreib genau das hin. Aber nur, weil du dann die perfekte, komplette Story erzählst, wirst du nicht mehr Punkte bekommen. Und das ist super wichtig, dass du es realisierst, weil ansonsten hast du immer das Problem, dass dir die Zeit nicht ausgeht, wenn du dabei Hilfe brauchst, hier im I, das Video dazu, was ich dazu gemacht habe. Du wirst, du wirst einfach, was soll ich sagen, du wirst dir einfach immer nur selbst ungerecht werden. Das tut mir einfach im Herzen weh, okay? Deswegen, verstehe auch selbst, dass es nicht darum geht, dass du weniger machst oder dir weniger Mühe gibst. Es geht darum, dass du dir die richtige Art von Mühe gibst, damit du schlussendlich mehr für das belohnt wirst, was dir eigentlich zusteht. Fünftens, das Lernen. Das geht wieder Hand in Hand mit den vorherigen Punkten, mit den Klausuren, auch beim Lernen. So viele von euch denken, sie müssen jedes einzelne Detail wissen, um in die richtig hohen Punktebereiche zu kommen. Ja, es ist wichtig, dass du ein umfangreiches Wissen hast, aber die 15 Punkte zum Beispiel bekommst du ja gerade dadurch, dass du eben in AFB 2 und AFB 3, also Anforderungsbereich 2 und 3, da wo Transfer gefragt wird, dass du gerade da das Ganze verstanden hast und anwenden kannst. Da kommen nicht mehr die Details aus dem Hefteintrag dran. Da kommen neue Dinge dran. Und neue Dinge kannst du gerade dann anwenden, wenn du das Wesentliche richtig verstanden, richtig verinnerlicht hast. Und das schreibst du eben nicht dadurch, dass du noch jede Jahreszahl, jeden Namen von irgendeinem Autor und blablabla merkst, sondern dadurch, dass du es wirklich verstanden hast, dass du es anwendest, anwendest, anwendest. Deswegen beim Lernen, fokussiert euch nicht zu sehr auf jedes Detail, auch wenn es total lobenswert ist, dass du wirklich dir alles merken willst. Aber das wird schlussendlich nicht belohnt werden. Deswegen fokussiere ich beim Lernen auf die wesentlichen Dinge, dazu ja auch die AI-Methode, wer die noch nicht kennt, unbedingt anschauen. Und was ich auch noch an der Stelle in dem Video mal empfehlen würde, die fünf Dinge, die dir niemand über die Oberstufe sagt, wenn du dir die noch abchecken willst, hau unbedingt das I an. Da kannst du immer alle Empfehlungen, die ich innerhalb eines Videos gebe, da einfach draufklicken und dann die danach nochmal anschauen, was für dich gerade relevant ist. Einfach, dass du wirklich, so schaffe ich es auch ein bisschen, euch durch diesen ganzen Content, den es bei mir schon auf YouTube gibt, durchzuführen, dass jeder genau mehr das bekommt, was er gerade braucht. Und das ist ja schließlich hier meine Aufgabe. Deswegen in diesem Sinne, denkt dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo. Dein Leo.